Danke schön. Danke für die Einladung von Ligerina und See Christian. Ich freue mich sehr, dass Sie hier in Gras für die erste Zeit bleiben. Ich bin ein Lehrer. Ich bin der Problem. Ich habe been working als Lehrer für 35 Jahre alt und vielleicht ist es zu lange, weil ein paar Wochen vorhin mein Enkelkinder, mein Freund, Adjan, der ist 3 1⁄2 Jahre alt. Er sagt, »Opa, wenn du jung war, hast du gesehen einen Tyrannus Rex?« »Ich habe gesagt, »Do du denken, ich bin ein Dinosaur?« »Ja, haben Sie gesehen einen?« Das ist die Karten-Net-Generation, die wir in unseren Häusern haben. Und das ist das, ich habe eine Frau, die studiert als Lehrer, und sie hat einen Rex-Kat. Und das letzte Woche, ich sah sie, und die Katte war auf der Fenster, und sie sahen einen Barsen, und sie war immer so, und sie war immer so, wie das. Und ich fragte meine Frau, »Was sie sagen?« »Oh, das ist nichts, es ist eine Katte-Tune-Net-Work«, sie sahen. Also, die Tiere jetzt sind die Katte-Tune-Net-Work. Das bedeutet, dass die Gesellschaft verändert hat. Und ich habe jetzt gehört, für drei Tage, auf die Krise, in der Finanzen, in der Klima und so weiter. Ich bin nicht so worried about die Finanzen, denn es ist über in drei oder vier Jahren, ich denke. Ich bin mehr so worried about die Klima, aber ich bin mehr so worried about die education system in der Welt. Und ich habe jetzt 15 Jahre gearbeitet, mit Schulentwicklung, und ich bin total sicher, dass die Schule muss sich geändert werden. Ich bin jetzt in der Hotel hier, Daniel, ich denke, der Design Hotel, und ich denke, das ist ein schönes Ort für die Bildung. All der Klasse sollte das sein. Eine schöne Klasse, und die Lehrerinnen, die sind engagiert, natürlich, die Lehrer ist vielleicht die wichtigste Person in der Klasse, aber wir haben auch eine neue Generationen von Kindern. Ich heiße sie die MTV Generation oder die 2-Second Generation, weil wenn sie nicht eine Antwort auf dem Telefon in 2 Sekunden haben, sie denken die Freunde sind tot. Das ist schneller und schneller und schneller, und das ist die Situation für uns für die Bildung. Ich denke, wir müssen es etwas ändern. Meine Mutter ist 87 Jahre alt. Sie hat sie gesehen die Computer, aber sie hat nie benutzt es. Sie hat mich ein paar Wochen und gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit meinem Crossword. Und ich möchte Sie zu helfen. Und ich war auf die Computer und sie sagte folgenden, »Can Sie sagen, die neue Namen der State Burma in Asien?« Und ich finde es schnell auf Google in einem Moment, und ich gebe sie die Antwort. Und sie sagte, »Oh, ich wusste nicht, dass Sie so clever waren.« Aber das ist die Situation. Und ich zeige sie, »Ich zeige es auf Internet.« »Was Sie sagen?« »Can Sie finden das auf Internet?« »Ich sage sie, es sagt« ich habe es übernommen. Ich schreibe es über das Video. »Hallochen« wie es ist, und glaub ich es oder nicht, es ist auf den 48 Jahren. »Hallochen« wie es! »Hallochen«, unglaublich! »Wilder, das ist eine neue Welt. Und wir müssen unsere Schule in einer neuen Situation kennenlernen. And for me, it's very important that we have time to do that. And in my school in Futurumschule in Stockholm, we are used to do new things. And so far, after nine years, we were very competent and we have also good results. But it's just the start of it. And so far, 8,500 Menschen from 26 Ländern besucht us. So it's a power in the world for changing also the school system. And I'm very glad for that. But that shows also how much power it is on the new information society. And we have to, in the school system also, take over most of this. Because otherwise, we'll lose our pupils. Because they are on demand to want to have this. And to end up, I want all of you to join us in a network. I'm connected to a lot of network in the world. And I also used to work with others. Especially in Germany now, we have a lot to work with. So, but the new technique now, I click here. And one, two, there. Now my colleagues have my footwork, my speech, on the mail system in my school. Two hundred and two persons got this message. So that's a new technique and we have to use it. Thank you very much. I hope there's a question. I have a question. Please give a very short answer. What do you think about this conference? I just told you that it was very interesting. I enjoy it. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank.